Was geht Herbst, ja auf dem letzten Video auf meinem Kanal. Zwar geht es heute wieder los mit FIFA Mobile. Es wird aber keine normale FIFA Mobile Folge, denn ich spiele heute gegen einen Gegner, nämlich den Benedikt. HELLO! Der Benedikt ist ja auch bekannt, er ist ja Mod bei Pac-Straider und so weiter. Er ist auch in der Pac-Straider-Army, wir werden ja gleich sein Team sehen. Bevor wir das aber machen, grüße ich auf jeden Fall schon mal den Matis Purzel, mach weiter so, kannst du mich im nächsten Video grüßen. Genau Leute, Matis Purzel, ich würde sagen, der Benedikt hat schon eingeladen, die werden sie jetzt annehmen. Und jetzt spielen wir schon mal gegen den Benedikt. Diese Party ist nicht mehr verfügbar, was, nein, annehmen. So, jetzt geht's los. Gameplay-Ressourcen werden geladen. So, jetzt werden wir erst mal Benedikt-Team sehen. Nein, das ist erst mal meins, mein 120er Team. Ähm, ich glaube er hat 119, genau, mit einer 220er Chemie mit Kanawaro, Plea, Sommer, Werner. Ähm, also es ist sehr identisch mit meinem Team, er hat ja auch, ähm, Bastinelli würde Pac-Straider sagen. Er hat auch Werner, und jetzt geht's los, hu hu hu, gegen Benedikt-Baum. Ähm, aber ich würde sagen, wir machen dann noch einen Würzelsangriff würde ich sagen, oder? Was sagst du? Ja. Stark. Ähm, genau. Er sagt, Würzelsangriff ist ja nicht so stark, aber ich finde, mit einem 119er Team hat man auf jeden Fall auch eine Chance, finde ich. Ähm, vor allem, er hat ja auch sogar mehr Chemie als ich, das ist ja das Ding. Und jetzt Gnabry, nein! Er hat auch einen Gnabry, das ist ja unfassbar. Hehe. So, Bastinelli. Gnabry ist einer der besten Spieler, aber das ist total beschitten, wenn man hier keine richtige Aufstellung hat, wo man den aufstellen kann. Oh ja. Zusammen mit George Best und Linksverteidiger Carlos. Oh ja, der ist ja rechter im Mittelfeld war das, ne? Mhm. So, jetzt hat er Platz da oben. Nein. Mit Best kann er jetzt da durch. Und das Tor, ja. Wir lassen. Hey! Player 96. Oh ja, also. Dennis ist ja auch schlecht. Da muss ich sagen. 1 gegen 1, ja? Oh ja. Player hat einen übelst geilen Schuss und auch einen geilen Kopfball. Also mit dem werden Ecken echt lecker. Oh ja. So. Jetzt kommt Gnabry. Komm. Zu Best. Best hier rechts. Zu Best. Aber bestimmt Abseits. Nein. Kein Abseits. Komm Goretzka. Nein! Akanji. Die 1,90 Meter Maschine. Maschine. Meine fast 100er Nachtschild verhanden ist. Alter. Jawoll, komm. Jawoll. Timo Werner. Jawoll. Nein. Nein. Ja, da steht Timo Werner. Wow. Ape Elbe. Oh nein. So. Vorsberg. Was pfeift der denn hier? Was pfeift der denn jetzt? So. Vorsberg. Nein. Akanji. Ich habe mir den auch überlegt zu holen. Aber. Ich hatte dann was. Jawoll. Komm. Best. George Best. Best. Is the. Best. Boom. 2,1. George Best ist einfach Best. Ist einfach so. George Best ist total krank. Was der für einen Schuss drauf hat. Das ist einfach heftig. Oh ja. So. Jetzt kommt er wieder mit Best. Ich glaube es haben echt viele Best muss ich sagen. Dennis. Weil das eine ziemlich günstige Icon ist. Ja. Ne 97er Icon. Als nächstes kommt ja hier Hullit. Den möchte ich mir auf jeden Fall aufholen. Oh ja. Was ist denn jetzt? Ach. Halbzeit. Oh ok. So. George Best. Hu 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 hu. Alter. Wieder der Dorsch. Freistoß oder? Hey. Was ist denn hier? Ja. Oh. Und. Oh. Ah. Abstoß. Das gibt Abstoß. Ab. Haha. So. Best. Zu Werder. Und Werder. Nein. Jawohl. Komm Goretzka. Leon Goretzka. Ah. Kannabaro. Jawohl. Sicher. Auf Kannabaro. Kann man sich verlassen. Bestinelli. Ah. Ah. Kannabaro. Napri. Hm. Aber ich muss sagen. Das ist sehr ausgeglichen. Wir haben ja auch ausgeglichene Teams von Sagen. Oh nein. Der wird seit dem Werder. Jetzt kann er abschließen. Oh. Ho. 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 Was sagst du eigentlich zu meinem neuen Intro? Ho. Ho. Das ist das erste Video jetzt hier mit neuem Intro. Nicht, dass Ed Sheeran noch die ganzen Einnahmen bekommt von den letzten Videos. Oh ja, stimmt. So. Also ich versuche auch möglich, dass es wie es heute noch kommt. Heute Abend. So, Bestinelli und Werner. Nein. Belastend. Aber ist ja gleich Schluss, hoffentlich. Erstmal Zeitspielen, Kippo. Nacho Fernandes. Komm. Weg damit, weg damit. Jawoll. Nein. Pfeif ab, pfeif ab. Pfeif ab. Pfeif ab. Weg damit. Immer noch nicht Schluss. Demis hatte ich auch mal, aber nur kurze Zeit. Jawoll. 2-1 gewonnen. Geht doch. Rucki zucki hier. Äh. Prost. Jetzt lasse ich drin. So. Jetzt hier wieder ein 119er Team. Fehlt eigentlich noch viel? Bis zu 120? Ja. Ich brauche sieben Bewertungen. Boah. Ich werde wahrscheinlich auf dem Team, auf dem Team muss ich Gnabry durch Rullet ersetzen. Hm. Ich brauche auch Rullet. Dann habe ich die 120. Also ich brauche noch zwei neue Ränge und dann habe ich die 121. Aber bald kriege ich die halt, ne? Best. 2-0. Äh. Vereitelt. Scheiße. Nein, der Hecken. Oh, ich hatte Ecken. Ich hatte Ecken. Du hast ja auch da mal, ne? Ja. Ich hatte auch Ecken. Ecken sind einfach Gift. Ecken sind Gift, wie der Pex Trader sagt. So, 2-0! Ja. Ooh. Freistoß mit Best. 2-0! Toll! Gute Chance. Und Werner. Nein, nein. Komm, schieß von Weiden Gerütsker. Nein! Tolle Chance. Jawohl, kommm Bestie! Nö, nö, nö! Hm. Nein, der hält den. Jawohl. Dem hierbei. Bestinelli. Schubert und 6-4. Tolle Chance. Nein. Jawohl, 7-4. Nein. Rosberg. Ah, nein, das war nichts. Nein, nein, nein. Ja, Ecke. Drecks Ecken. Ja, 7-5. Er macht das 7-5. Aller, das wird noch knapp hier am Ende, aber ich glaube nicht, oder? Dem hierbei. Nein, er schießt. Was macht er denn? Was? Er schießt nicht. Jawohl. Jawohl. 7-5. GG, Benedikt. Gleich, falsch. GG. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Ich mache das selber auch noch mit dem Gamer Josch da, falls ihr den kennt. Und ja, Leute, ich würde sagen, es ist beim nächsten Mal wieder. Skywalker und. ijn crazy. Wusker. Bis zum nächsten Mal.